Ein herzliches Salvete von eurem Lateintutor Martin! Thema heute sind potenziale Hauptsätze oder einfach die Modusfunktion Potenziales. An Vorwissen benötigt ihr bei der Konjugation von Verben die Formen des Konjunktivs. Mit dem Konjunktiv im Hauptsatz lassen sich drei Aspekte zum Ausdruck bringen. Wünsche, Vorstellungen und Aufforderungen. Der Potenziales gehört in die Kategorie der Vorstellungen, weil er eine Möglichkeit beschreibt. Sehen wir uns den Begriff der Möglichkeit genauer an. Dazu betrachten wir folgende drei Verbformen von Kannere. Kannu, ich singe. Kannam, ich könnte singen. Und nun kannu, ich singe nicht. Bei Kannu, den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com Probiere es am besten.